Hallo Freiheitsgeister, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und dem gleichnamigen Blog. Mein Name ist Mike, ich bin 43 Jahre alt und auf dem Weg in die finanzielle Freiheit. 100% pro Monat, ist das möglich? Ist das seriös? Beides kann ich mit Ja beantworten, den Beweis zeige ich euch gleich. Aber was ganz, ganz wichtig ist, es ist auch sehr riskant. Also das möchte ich nicht verschweigen und jeder, der sich daran beteiligen möchte, muss wissen, was er tut. Ich zeige euch im Bildschirmvideo jetzt die Gefahren auf, die Chancen auf und wonach ihr vielleicht eigene Signale raussuchen könnt, die vielleicht euren Kriterien entsprechen, worauf ihr achten müsst und wo eben, wie gesagt, die Gefahren einfach liegen. Am Ende des Videos gibt es nochmal einen kleinen Hinweis, was ich jetzt im Bildschirmvideo vergessen hatte aufzunehmen. Also abonniert meinen Kanal, verfolgt mich und schaut, verfolgt meinen Kanal und schaut euch das Video an. Bevor ich dazu komme, mit welchem Signal man in den letzten Monaten 100% pro Monat mindestens gemacht hätte, möchte ich euch kurz zeigen, wie man am besten Signale auswählt, welche Kriterien man am besten verwendet, damit man eben eigene Entscheidungen treffen kann. Das ist mir immer ganz wichtig, nicht irgendwie was nachkaufen, was irgendjemand empfiehlt oder selber macht, sondern wirklich eigene Entscheidungen treffen und dazu möchte ich euch die Mittel gerne an die Hand geben und zeigen, wie man, ja, und was man eben beachten muss. Also wir sind hier bei MQL5, das ist die Seite, die die Signale bereitstellt, also die einzelnen Trader liefern die Signale an die Seite und ihr könnt die Signale von dort kopieren. Die liegen meistens so bei ca. 30 Dollar. Es gibt aber auch welche, die kosten 10.000 Dollar im Monat. Ja, die wollen wahrscheinlich nicht, dass man es abonniert. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also wenn man auf Signale geht, dann kann man aussuchen, ob man für MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 Signale sucht. MetaTrader 4 ist die ältere Version, aber auch am meisten verbreitet noch und damit könnte man einfach starten. Also man gibt hier einen MetaTrader 4, geht hier am besten auf Listenansicht und dann kann man eben schon mal anfangen zu sortieren. Das Erste ist, was wichtig ist, dass man vielleicht ein Signal wählt, wo der Signalgeber selber sehr viel Geld drin hat. Ja, also wenn jemand mit 50 Dollar irgendwie handelt, der macht ganz wilde Dinge und geht auf Risiko, während ihr ja einfach vielleicht konstante Einnahmen haben wollt. Ob ihr jetzt unbedingt 100% im Monat haben wollt, wollen schon, aber ihr müsst natürlich auch entsprechend das Risiko eingehen wollen und von daher kann man sich das entsprechend auswählen. Hier zum Beispiel ist jemand, der hat 4,6 Millionen in seinem Konto. Das können wir uns mal eben schnell anschauen. Also der hat momentan aber auch einen relativ hohen Drawdown. Also hier oben erkläre ich erstmal die Spinne, die sogenannte. Da sind eigentlich nur zwei Dinge wichtig. Das ist einmal der maximale Rückgang und Maximum Deposit Load. Das heißt, um wie viel Prozent ist das Konto zeitweise maximal zurückgegangen? Der Wert sollte so niedrig wie möglich sein und Deposit Load ebenso, wie viel Margin noch frei ist und das sollte auch so niedrig wie möglich sein. Also wie gesagt, der hat hier 3,5 Millionen drin, hat insgesamt 2 Millionen eingezahlt, also liegt ganz gut im Gewinn. Hier, das ist auch sehr, sehr wichtig, hieran erkennt man, wie lange es dieses Signal gibt und wie konstant der gehandelt hat. Also er hat jetzt hier beispielsweise über 3 Jahre schon und keinen Monat negativ abgeschlossen. Das kann man ein bisschen tricksen, indem man zum Beispiel, wenn er jetzt zum Beispiel 10% im Minus ist, wirkt sich das hier noch nicht aus, erst wenn der Trade abgeschlossen ist. Also wenn er wirklich geschlossen wird, wirkt sich das aus. Das heißt, er könnte quasi Minus bis in den nächsten Monat transferieren, wo er vielleicht schon wieder 12% Plus hat, schließt dann beide und liegt dann hier auch wieder mit 2% im Plus. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Hier sieht man die Equity-Kurve der letzten 12 Monate. Daran erkennt man, wie riskant das ist. Also hier liegt er immer schon sehr, sehr weit weg, also relativ weit weg im Minus, fast 10% bis 20%, was relativ hoher Wert ist. Und hier zum Corona-Crash, gut, das werdet ihr gleich noch häufiger sehen bei den Signalen, geht es dann halt schon richtig runter. Also das muss man überlegen, kommt sowas nochmal, wie wahrscheinlich ist das und wie ist der da rausgekommen. Also das muss man dann immer in Relation setzen. Aber auch hier geht es schon wieder weiter mit relativ hohen, offenen Positionen. Also das wäre zum Beispiel ein Signal, was man nicht empfehlen könnte. Dann machen wir hier mal einen Klassiker. Das ist nämlich auch ein Signal, was schon relativ lange ist. Und genau, was ich noch zeigen wollte, was man eben auch machen kann, nach Abonnenten suchen. Und zwar gibt es ja ganz viele Leute, die selber auch nach Signalen suchen. Und daran erkennt man eigentlich, wie gut das Signal vielleicht für andere eben ist. Also man kann quasi die Community ein bisschen für sich arbeiten lassen und schaut sich dann eben Signale an, die halt sehr viele Abonnenten haben. Das wäre die zweite Möglichkeit. Und das wäre dann eben dieser, der hier die meisten Abonnenten hat. Wie gesagt, 194 Abonnenten. Und insgesamt sind 533.000 US-Dollar eben drin. Er selber ist nur mit 2.100 drin. Das darf man dann eben auch nicht vergessen, dass er da eben auch nicht so super viel drin hat. Aber hier sieht man eben auch schon, warum die Community das eventuell ausgewählt hat. Weil der maximale Drawdown relativ gering ist. Genauso wie die Deposit Load. Ja, also das sind wirklich gute Werte. Und wie man sieht, ist ausgerechnet der jetzige Monat, wo er im Minus ist. Alle anderen Monate war er im Plus die letzten beiden Jahre. Und hier sieht man die Equity-Kurve hier. Das ist wirklich super. Also das wird man selten sehen, dass das so eng aneinander dran ist. Hier gibt es dann immer mal kleine Ausreißer, die aber wirklich nicht dramatisch sind. Das hat man ja oben an der Spinne gesehen. Und selbst zur Corona-Zeit war das alles im grünen Bereich, sage ich mal. Diese ganzen hohen Spitzen, das sind immer Ein- und Auszahlungen. Also da hat er sich dann genötigt gesehen, hier mal 1.000 Dollar einzuzahlen. Die er hier aber dann auch wieder rausgenommen hat. Also man sieht, es geht dann konstant weiter. Und hier hat er auch nochmal wieder was eingezahlt, weil hier der Drawdown etwas höher wurde. Das muss man ebenfalls im Hinterkopf behalten. Wenn man seinem Signal abonniert, dass es jederzeit sein kann, dass er Geld nachschießt. Bewertung kann man sich natürlich angucken, aber auch die Beschreibung, was so sein Ziel ist etc. Was für einen Ansatz er hat, ob er es manuell arbeitet oder ob er auch mit Robotern, also mit Experten arbeitet. Das heißt, die dann automatisiert handeln. Das ist ja auch etwas, worauf man achten kann. Manche bieten dann zum Beispiel auch einen Telegram-Kanal an, wo er dann zum Beispiel schreibt, hey, ich will Geld einzahlen oder wo er dann reportet, wie jetzt der letzte Monat gelaufen ist und so weiter und so fort. Also da kann man dann eben auch drauf achten. Kommen wir gleich zum nächsten Signal. Auch hier ein super Wert bei Deposit Load und dem maximalen Rückgang. Auch der aktuelle Drawdown ist absolut in Ordnung. Kann man nicht meckern. Hat jetzt auch nicht so super viel Geld drin. Das heißt, da muss man aufpassen, ob man da nicht selber mit 100.000 beispielsweise reingeht. Er verzockt dann halt hier, ich sag mal, nur 4.500 und ihr seid euer ganzes Geld los. Also da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Hat hier allerdings eine super Performance gemacht. Ist allerdings noch nicht sehr konstant. Also diese sind ausgegraut, weil er ab hier offensichtlich seinen Trading-Stil geändert hat. Das sieht man nämlich hier. Dementsprechend sagt MQL hier, ich berechne das jetzt nur nach dem neuen Trading-Stil. Und hier sieht man auch die Equity-Kurve und die ist wirklich sensationell. Also wirklich so flach. Da ist wirklich kein Drawdown drin. Und das hat man eben auch oben gesehen. Hier war es so ein bisschen. Da hat er auch Geld eingezahlt. Eventuell, weil er generell einzahlen wollte, notwendig wäre es nicht zwingend gewesen. Aber er wollte halt wohl auf Nummer sicher gehen. Also das wäre zum Beispiel auch ein Signal, was man gut handeln kann. Und man sieht es auch, 280 Abonnenten haben das entsprechend auch getan. Also diese Community, das ist halt wirklich auch schon immer ein guter Indikator. Dann haben wir das nächste Signal. Auch hier Rückgang und Deposit-Laud absolut in Ordnung. Equity ist schon ganz gut. Schon ein bisschen was drin. Man muss auch ein bisschen gucken, woher kommen die Leute. Das ist jetzt hier, glaube ich, Ungarn. Und wie viel macht das für den aus? Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe aus dem Entwicklungsland. Für den sind natürlich 30.000 Dollar. Also ich sage jetzt nicht, Ungarn ist ein Entwicklungsland. Aber sagen wir mal aus Indien oder Pakistan und der hat 30.000 Dollar drin. Dann ist das für den natürlich auch schon eine ganze Menge. Hier sieht man eben auch eine ganz gute Performance. Hier auch eine absolut super Performance. Genau. Und hier die Equity-Kurve. Okay. Hier sind wir wieder im Bereich Corona. Da ist es denn schon ein bisschen höher hergegangen. Gleich kommen wir zu dem Signal mit den 100%. Auch hier Equity-Kurve gut. Der hier zum Beispiel hat 5,6 Millionen US-Dollar. Und egal aus welchem Land man kommt, das ist eine Menge Geld. Egal. Für jeden wahrscheinlich. Und da weiß man eben, der würde sehr, sehr konservativ entsprechend handeln. Okay. Hier sieht man auch, der möchte auch 350 US-Dollar für sein Signal haben. Das muss man sich dann eben überlegen. Das muss man erstmal auch reinhandeln. Macht es allerdings auch noch nicht so lange. Vier Monate erst. Aber dafür sehr gute Performance. Muss man auch mal sehen. Hat sehr oft eben auch mal Geld eingezahlt. Das muss man genauso überlegen. Und hier Drawdown ist soweit okay. Ja. Also wie gesagt, das täuscht ein bisschen, weil es hier unten mit 4,6 Millionen. Deswegen sieht es jetzt dramatischer aus, als es ist. Deswegen diese Spinne ist ein guter Anhaltspunkt. The Grid. Genau. Hier sieht man, der hat auch 3,5 Millionen US-Dollar drin. Hat aber hier einen maximalen Rückgang von 87% gehabt. Und das ist bei dem Bereich schon gigantisch. Und wie gesagt, man sieht zwar eine super Performance. Ich glaube, das hatte ich sogar am Anfang schon gezeigt. Genau. Dann kommen wir zum nächsten. Rumänien. Hat kaum Geld drin. Das heißt, der könnte gut zocken. Muss man eben genauso aufpassen. Dann Rückgang ist okay, sage ich mal. Ist nicht bombastisch, aber ist okay. Wobei man hier absolut sieht, dass das wirklich super ist. Also wirklich die Equity-Kurve sieht wirklich fantastisch aus. Also da zeigt die Spinne wohl etwas verkehrt an. Zwei Monate mal im Minus gewesen. Sonst ein ganz guter Plus. Und ja, auch ein Signal, was man sich anschauen kann. Jetzt ist das Signal, welches ich auch selbst abonniert habe. Das kostet 30 US-Dollar. Der maximale Rückgang war jetzt auch soweit okay. Deposit-Lowd auch soweit in Ordnung. Aktuell ist er bei Gold-Short. Ja, ist halt eben aktuell im Minus. Aber hier sieht man es im März, April, Mai, Juni. Über 100%. Das war wohl auch sein Ziel für Juli. Allerdings hat er in den letzten Wochen relativ wenig gemacht. Warum, wieso, weshalb, das weiß ich nicht. Kann man natürlich nicht sagen. Und hier die Equity-Kurve sieht ganz gut aus eben. Und hier war er eben auch sogar im Plus, was das Ganze angeht. Und wie gesagt, das Signal habe ich aktiviert. Also ich glaube, die 100% wird er diesen Monat nicht mehr schaffen. Es sei denn Gold crasht ordentlich. Dann könnte das tatsächlich auch noch sein. Aber wichtig ist ja nicht zwingend, dass man quasi 100% macht. Aber ich wollte euch nur zeigen, es ist tatsächlich möglich. Und da gibt es immer wieder Glücksritter, die quasi mit 50% anfangen. Er hat ja mit 40% zum Beispiel angefangen und liegt jetzt eben bei 764% Gewinn. Also 740% ist das Konto aktuell wert. Also hat es fast verzwanzigfacht innerhalb von wenigen Monaten. Und dann kann man zum Beispiel sich selber eben auch mal dran beteiligen und sagen, okay, ich zahle zum Beispiel mal 800, 900 Euro ein. Den muss man ca. einzahlen, weil von dem Eingezahlten nur 95% angewandt werden. Das Ganze aufzusetzen ist nicht ganz einfach. Wenn ihr es wünscht, würde ich da mal ein extra Video machen. Dazu kann ich dann eben auch nur sagen, dass ihr zum Beispiel davon profitieren könnt. Also ich nutze als Broker IC Markets, wenn ihr den Link unten in der Beschreibung klickt, dann kommt ihr direkt zu der Seite und dann spart ihr noch ordentlich Gebühren. Also man zahlt 3,50 Dollar pro Lot, also pro 100.000, die man kauft, wenn man weniger kauft, also ein Zehntel oder ein Hundertstel, eben auch nur ein Hundertstel an Gebühren. Wenn ihr das über den Link abschließt, dann liegt ihr bei 2,25. Also das heißt, ihr spart ja ordentlich Gebühren, wenn ihr euch über diesen Link dann anmeldet. Ich werde wahrscheinlich Videos machen, wie man das alles aufsetzt, was man alles benötigt. Das war erstmal nur so als Idee, wie man quasi automatisiert, 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche von Sonntagnacht bis Freitagabend, quasi jemand anders für sich handeln lassen kann und gute Gewinne machen kann. Allerdings hat man natürlich auch große Risiken, wie ihr gesehen habt, die Equity-Kurben sind entsprechend. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie gesagt, in die Kommentare, gebt mir ein Like und dann würde ich mich freuen, euch bald hier wiederzusehen. Ja, war das vielleicht interessant für euch? Wenn ihr jetzt denkt, Mensch, das Konto hat 30.000 Dollar, so viel möchte ich aber nicht investieren oder riskieren, ist das kein Problem. Ihr könnt auch einen Bruchteil davon nehmen, beispielsweise 500 Euro oder 1.000 Euro und wenn jetzt das Signal zum Beispiel 5.000 Dollar drin hat und ihr wollt nur 500 Euro investieren, das Signal kauft dann zum Beispiel eine Lotgröße von 0,1, dann wird MQL5 euer Konto dementsprechend anpassen und 0,01 Lot kaufen. Das heißt, es setzt das immer in Verhältnis zum Original-Signal und rechnet das dementsprechend runter. So ist es eben auch möglich, tatsächlich mit einer kleineren Kontogröße die Signale zu handeln. Falls ihr da nochmal ein genaueres Video zu haben wollt, weil dann kann ich genau zeigen, wie das berechnet wird und was es bedeutet und so weiter, dann schreibt es mir in die Kommentare. Über ein Like freue ich mich, über ein Abo sowieso und noch mehr freue ich mich, wenn ich euch bald wiedersehe hier auf diesem Kanal. Macht's gut, euer Mike.